hallo und herzlich willkommen zurück meine lieben freunde willkommen zurück zum borussia dortmoch projekt ja kurz vor dem rausschmiss sind wir wenn man sich das hier anguckt bei den karriere optionen der verein ist nicht wirklich zufrieden mit unserer leistung wie wir das momentan hier handhaben wir sind aktuell auf dem siebten tabellenplatz sechs punkte den ersten aus leipzig gegen den wir in dieser folge ran müssen aber vorher kommt natürlich der barcelona das große fc barcelona wir haben einiges vor ich gehe jetzt erst mal direkt in die woche und dann schauen wir mal was wir da machen können schaut es euch einfach an niemand von unseren spielern ist wirklich in form bis auf ein marco reuss und ein heiming son sonst dem bleh ist nicht in form timo werner ist wieder dabei ja aber sanchez kommt dann für ihn mit die jemmy ist nicht in form cavani ist nicht in form haaland ist ein bisschen besser in form und ja wir müssen einfach das beste hoffen aber koulibaly und bisaka die beiden die eigentlich jedes spiel mega stark spielen haben es einfach nicht drauf momentan goero kommt wieder mit pellegrini kommt dafür auf die bank dadurch werden wir noch mal eine schippe stärker dann haben wir ja kassi noch verletzt rainer auf der bank reuss mit einer vierzehner form wir gehen unverändert rein in diese partie und wir müssen einfach das beste wir gehen raus nein wir wir kämpfen um jeden ball so müssen wir machen auf treten und die maria in der ersten minute über den 1 0 da knüpft dann seine madrid zeiten an und macht einfach mal das 1 0 gegen was so hoffentlich war es nicht das einzige vor des abends von uns ich will ein bisschen sicherer dastehen weil 1 0 habe ich in den ganzen anderen projekten nie gut stehen aber die maria meint einfach doppelpack zu machen läuft perfekt 28 minute wir stehen gut da coutinho mit den anschluss treffer kurz vor der halbzeit das ist natürlich sehr bitter das ist natürlich sehr bitter aber wir gehen trotzdem mit einer 2 1 führung in die halbzeit dann können wir mal gucken bellingham 1,5 reuss 1,5 die maria 1,5 der rest macht der assistent halbzeit ansprache in der zweiten halbzeit drehen wir richtig auf und bringen das ding nach hause wechseln werde ich erstmal nicht wir machen alle spieler warm und hoffen dass die maria uns doch noch mal überrascht nein kunde aber die maria legt vor das 3 zu 1 wichtige 3 zu 1 dann können wir jetzt auch einmal kulibali rausbringen schlatterbeck rein dass wir keine gelb rote karte riskieren und machen erstmal so weiter shoot bellingham kriegt auch noch mal die gelbe karte dann wird reuss noch mal nach hinten gezogen und rainer kommt rein wir können noch drei mal wechseln das werden wir aber dieses mal werden die wechsel spät kommen dieses mal werden die wechsel spät kommen okay jetzt bringen sie auch an die party für torgang so 70 jetzt kann ich mal ein adi jemi bringen heiming son ist nicht wirklich im spiel und rainer kannst du da auch spielen ja dann bringen wir noch mal sanchez rein jetzt haben wir uns noch mal wesentlich schwächer gemacht ich hoffe dass trotzdem die spieler die ich jetzt reingebracht haben was bringen und zumindest das ergebnis halten in der in verteidigung oder in der verteidigung sieht es ja gar nicht so schlecht aus es sieht sehr gut aus continuos anschluss treffe war anscheinend das einzige einzigste tor oder das einzige tor von barcelona und ja es ist vorbei wir gewinnen das hinspiel in barcelona im camp nur mit 3 zu 1 besser kann es nicht laufen doppelpack die maria bester spieler war aber zu bellingham wir hatten 7 zu 4 chancen dass wir waren einfach effektiver ist diese mannschaft in der gruppe sieht es damit wie folgt aus wir sind momentan da werden führer mit sieben punkten wir haben das erste mal mehr als ein tor geschossen und er ja ja es läuft gut rücker hat das andere spiel gewonnen ist damit fall noch im rennen um die scheppels die katze die müssen halt jetzt noch gewinnen gegen in peri müssen noch mal zu hause gegen perios gewinnen und dann können sie wenn wir gegen barcelona gewinnen barcelona sogar noch überholen dann kommt das entscheidungs match barcelona gegen brügge so dann in der gruppe g sieht sie folgt aus wir gehen das davon mal von unten hoch weil wir sowieso die letzte gruppe sind massi milan gewinnt er zu spiel ok nice und massi gewinnt gegen ajax damit ist amassi momentan gruppenführer ok habe ich nicht mit gerechnet in der gruppe f sieht es wie folgt aus aus rom gewinnt gegen zeltic und beim picker deshalb macht einfach schafft ja damals fertig wir haben nicht den haus einer chance und da sieht es auch so aus wie ich dachte das ist denken dass es aussehen wird in der gruppe ja menschliche wind 30 gegen porto haben damit bis jetzt alle drei spiele gewonnen kopenhagen gewinnt einfach gegen bayern bei uns mit drei punkten letzter platz was ist da los sie verlieren aber 31 gegen kopenhagen der effekt in der gruppe d menu verliert gegen salzburg und lissabon verliert gegen senizans petersburg okay stark in der gruppe c sieht es wie folgt aus 50 von gladbach gegen trapsons bohr und all er hat gewinnt 2 1 gegen inter mailand ja aber gladbach hat noch eine chance gladbach hat noch eine chance wir müssen heute jetzt wieder punkten und hoffen dass real madrid wieder gegen inter gewinnt in der gruppe b wie sieht es da aus wolfsburg gewinnt das nächste spiel haben damit sechs punkte drei spiele zwei siege und psg gewinnt gegen sie wir und steht jetzt bei sieben punkten aber auch noch alles offen sie wird für sie erst nichts abgeschrieben bis sie wir es einfach nichts abgeschrieben in der gruppe a sieht sie folgt aus liverpool schießt einfach fünf null monaco ab und atletico gewinnt 7 zu 2 gegen nation rom ja das aber auch noch alles offen sind sehr sehr interessante partien auf jeden fall drei tage später sind wir auch schon in der bundesliga wieder dran natürlich holmingson gute form marco royce gute form bellingham gute form die in verteidigung und fängt sich auch langsam die marie hat eine einigermaßen bessere form und es sieht ja schon mal gut aus von der verteidiger von der bank her kann ich nichts wirklich reinbringen aber ja das heißt wir gehen einfach so rein in die partie gegen leipzig und hoffen hoffen dass wir an die form von baston das spiel anknüpfen und da was reißen werden die maria kann gerne wieder frühe tor schießen aber nein kunko macht das 1 0 für leipzig das natürlich bitter in der fünf minuten die wird der frühe rückstand für uns in der red bull arena aus leipzig da aber holmingson denkt sich so nein wir wollen hier gewinnen gegen den ersten wollen wir gewinnen das ist wichtig und koko kriegt auch jetzt die gelbe karte ok ja sonst ist es eher ruhig jetzt seit der zwölften minute oder seit der neunzehnte gelben wir machen zwar ein bisschen druck aber aber die maria macht es schon wieder die maria macht es schon wieder vorlage brosevic stark und damit führen wir so können wir auch gerne in die halbzeit gehen am besten wäre natürlich noch ein tor aber dann die euro verletzt sich und kampel kommt rein spieler gespräche da haben wir eine 1,5 brose wird der wird gelobt und der rest macht der assistent halbzeit ansprache so haben uns das vorgestellt wir gehen erst mal unverändert rein ich werde früh wechseln da ein paar positionen nicht ganz so optimal spielen aber wir gucken einfach heumingson macht einfach das doppelpack heute 321 marco royce hat keinen bock auf der wang zu sitzen geschweige reserve für reiner zu sein sehe ich gerade wir haben auch einfach eine vorlage hier so in der 78 sind ja okay aber trotzdem kommt royce jetzt runter reiner kommt rein dann kommt sanchez rein für die maria und adi jemi kommt für haaland dann haben wir noch einen schlotterwerk der reinkommen für konnte da gibt ihnen die pause und pellegrini du kannst das glaube ich oder oder kann goero das dann müssen wir den letzten wechsel wohl lassen zu ein wechsel haben wir noch da bringe ich wahrscheinlich sehr spät noch ein team werner rein oder schon einen gurero jetzt in der 74 57er ja da kann man pellegrini wohl mal rein bringen mit goero noch geschont aber wie es aussieht gewinnen wir wieder 3 1 außer da passiert jetzt noch was in der schlussphase nein er fällt ab wir gewinnen wieder einfach zwei spiele in folge 3 zu 1 damit kann ich durchaus leben auch wenn wir dieses eine gegentor kriegen von den statistiken her saß aber diesmal besser aus 4 zu 7 chancen für uns wir waren also besser und in den ergebnissen sieht es auch aus wir sind auf dem sechsten platz gestiegen leipzig ist da oben halt noch festgelegt aber nur noch drei punkte vor uns nur noch drei punkte vor uns wolfsburg verliert 13 gegen mainz leverkusen teilt sich die punkte mit augsburg hoffenheim verliert 0 zu viel gegen bayern die langsamen fahrt kommen frankfurt 1 zu 2 gegen gladbach köln 1 0 gegen hertha leipzig 13 gegen uns stuttgart gewinnt 32 gegen hamburg freiburg 2 1 gegen bielefeld und kreuter führt 11 gegen wüsseldorf tabelle hier unten ändert sich auch täglich beinahe und ja da ist noch aber alles noch offen wir sind erst am achten spieltag spieltag letztendlich ist einer von uns drin nein leider nicht ein ex spieler von uns den man kennt nein auch nicht also geht es das gg dieses mal an schuppe moteng spieler des tages und damit geht es in den dfp pokal an den diesjährigen kriptonit für dortmund in der echten saison sind sie an san pauli gescheitert wir wollen es natürlich besser machen denn wir wollen den titel verteidigen wir gehen erstmal wöse beschreien ich schätze mal gegen führt wird er geschont und dafür kommt kassi dann rein und dann müssen wir einfach mal gucken dann müssen wir einfach mal gucken ja denn belie sitzt hier momentan mit der achterform gammelt er rum halert ja wir starten aber mit art jemi wir starten mit art jemi gegen san pauli im pokal hoffen das ist einfach gut läuft jetzt auch im pokal geht euer bestes wir schaffen die nächste runde es gibt kein weg dran vorbei und heumingsson macht es auch direkt klar erste minute 1 zu 0 für uns so kann man in dem pokal in ein pokal spiel auswärts starten da gleicht auch noch unsere unser duo mukuku und raschel gleichen aus aber heumingsson macht direkt wieder den führungstreffer aber ausgerechnet raschel auf mukuku was ist das für eine geschichte das auch mega nice mega nice das erzählt hier kein zweiter so dann ist es jetzt aber erstmal ein bisschen ruhig es bleibt hin und her wir kontrollieren ein bisschen die partie wie es aussieht aber da kommt das 22 eigentor kunde beste leben beste leben mukuku macht sogar das 3 zu 2 das erzählt dir keine saune marco reuss macht aber das 33 was ist das für eine erste halbzeit sechs tore einfach sechs tore assistent regelt dass sie ihr halbzeit ansprache wir schaffen das noch weil ich hätte auch den kapitän sprechen lassen können der restlichen spieler werden sich auf und wir müssen jetzt in der zweiten halbzeit loslegen was ist das für eine geschichte heumingsson mit dem 4 zu 3 perfekt heumingsson heute dreier packt sehr ein wichtiger spieler heute im spiel ohne ihn werden wir gar nicht drin hier war einfach nur sechs da weg sind wir auch noch mal aus wir wollen die rote gelb rote nicht riskieren deswegen kommt flotterbeck und ja muss schon mal raus das heißt er kann kein tor mehr schießen aber burgstaller ist auch noch da in der 79 bringen wir noch mal haaland rein für die letzte minuten vielleicht macht er auch noch was hatte jemi will einfach keine tore schießen geführt berlin machen wir mal das 53 und er macht den deckel drauf was für eine partie was für eine partie das erzählt ihr kein typ rasch einfach mit den 1 1 für mukuku mukuku macht sogar noch das 3 zu 2 sehr sehr stark von san paulio hoffen ich bitte jetzt mit in die liga mitnehmen dass er so stark aufspielt leipzig gewinnt auf jeden fall gegen mainz schalke gegen düsseldorf im elfmeterschießen für düsseldorf dann pauli verliert gegen uns frankfurt gewinnt klar gegen holstein kiel hannover schmeißt glattbach raus hamburg schmeißt sandhausen raus hoffenheim schmeißt braunschweig raus leverkusen schmeißt osnabrück raus bayern kommt weiter gegen viktoria köln wolfsburg schmeißt regensburg raus freiburg magdeburg hertha duisburg stuttgart schweinfurt dresden ingolstadt bochum heidenheim und darmstadt union berlin und jetzt gehen wir in die auslosung der nächsten runde und dann schauen wir einfach mal was da auf uns zukommt ich bin gespannt jetzt ist es die dritte runde da kann alles mögliche auf uns zukommen ich bin wirklich gespannt was da auf uns zukommt dresden erst mal zu hause gegen bayern münchen das heißt schon mal der stärkste gegner ist raus aber es sind noch einige gegner die nicht so und zu unterschätzen sind eigentlich alle die sind ja nicht umsonst in der dritten runde hertha zu hause gegen stuttgart auch eine schöne partie dann bochum das werden wieder so ein kleines derby wenn wir dagegen spielen in der dritten runde gegen leverkusen okay wir hoffen einfach mal dass dresden bayern rausschweiz wäre schön eintracht frankfurt zu hause gegen portuna düsseldorf es wird langsam knapper es bleiben noch große gute mannschaften leipzig zu hause und das wird bestimmt unser gegner auf ansage jetzt nein gegen darmstadt okay haben wir glück gehabt wenn es der schwierigste gegner würde ich jetzt sagen wolfsburg und danach hoffenheim und die anderen drei sind am machbar und wir müssen nicht gegen wolfsburg wir müssen nicht gegen wolfsburg gegen wen müssen wir wir spielen auf jeden fall zu hause gegen ein der zwei hsv klubs oder hoffenheim wir spielen gegen hamburg hsv okay das heißt zu hause spielt noch hoffenheim gegen hannover und sehr interessante partie man schafft es wie immer mal nicht in der form in der defensive bis hacker ja ja kenny auch nicht koulibaly nicht guerrero nicht ja guerrero kommt auf die bank pellegrini ok pellegrini wird starten war guerrero braucht eine pause vor dem basel und das ist ein bisschen wichtiger dass er dann spielt dann haben wir bisakka mit brose wird sprach eine pause kassi kommt mit emre chan kommt mit für bellingham royce brauche eine pause reina startet dem belen nehmen wir wieder mit und sonst sieht das eigentlich von der form her gut aus schlotterbeck freut sich auf das duell gegen seinen bruder deswegen werde ich ihn auch von anfang an karlschrott interesse mich als trainer zu verpflichten ok beste leben schlotterbeck freut sich auf das duell gegen seinen bruder kevin dann lassen wir natürlich spielen dann lassen wir nico natürlich spielen gegen seinen bruder und gehen rein gegen führt und hoffen einfach dass wir jetzt mit unseren wechseln hier nicht verkacken wir gehen raus und spielen ordentlichen fußball nein wir werden jeden zentimeter des platzes umgraben wir spielen zu hause das muss einfach ein beweis der macht sein von uns zu hause aber die ersten zehn minuten passiert gar nichts ja die jemi bleibt erstmal von den sturm weil ein bisschen bessere form hat als haaland und ja ich will halt gucken dass da irgendwas passiert dass da irgendetwas passiert aber es sieht einfach nicht danach aus die maria du könntest mal wieder wird immer wieder zeit oder heimixson du hast auch gutes spiel gemacht aber das pokal spiel war ich katastrophe gerade abwehr abwehr mäßig gesehen was katastrophe so 30 minuten sind gespielt das passiert einfach gar nicht gerade und jetzt wie wichtig dieses vor ist vorlage heimixson gut 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 das habe ich mir gewünscht dass er endlich mal trifft und wir gehen in die halbzeit wir gehen in die halbzeit vor von admi da haben wir 1,5 1,5 2,0 1,0 und 1,0 der rest macht der assistenz so haben wir uns das vorgestellt und was können wir hier wir können eigentlich gar nichts großartig wechseln deswegen gehen wir erstmal unverändert rein wärmen alle auf und dann gucken wie es in die zweite halbzeit geht ich kann ja wechseln ich habe ja genug auf der bank um zu wechseln das ist ja nicht das ding start aber kriegt auf jeden fall die gelbe karte das ist natürlich bitter aber er spielt so wie es aussieht spielt er durch gegen seinen bruder und jetzt bringen wir reina kommt runter dem beleg kommt rein timo werner kommt rein dann was machen wir noch konnte kriegt noch mal eine pause und so lassen wir das erstmal so lassen wir das erstmal hoffentlich war das jetzt nicht wieder der falsche wechsel nein dem beleg macht auch direkt das tor 2 0 vorlage der auch ein sehr sehr starkes spiel macht anscheinend und die wahl kriegt auch direkt gelbe karte beste leben der beleg macht noch mal doppelpack der will anscheinend gegen barcelona nächstes spiel spielen und es geht weiter also das ding ist auf jeden fall durch aber wie durch ist es ja es ist sehr durchartig eben auch noch mit dem doppelpack macht noch mal den deckel komplett zu und sagt nee 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 ihr könnt hier gar nichts mehr erreichen 4 0 gewinnen wir gegen kräuter führt perfekt ergebnismäßig sieht es stark aus bayern gewinnt zwar wieder gegen stuttgart mit 3 zu 0 wir gewinnen gegen kräuter führt glattbach 1 2 gegen leipzig hertha 3 1 gegen eintracht frankfurt mainz 1 2 gegen freiburg augsburg 0 0 gegen köln bielefeld 2 zu 5 gegen wolfsburg hamburg 0 1 gegen hoffenheim das ist auf 1 zu 4 gegen leverkusen wir sind aber auf den vierten gekommen bleiben die drei punkte an leipzig dran wir bleiben dran auf jeden fall die beste defensiv ist die bayern aber die gewinnen halt einfach nicht die ganze zeit spiel tag statt hitzig wir gucken mal und dem belegt dann kassi und kunde alle sind vertreten und spieler des tages ist dem billy beste mann beste mann gg auf jeden fall das rückspiel von barcelona steht an ja koulibaly gelb gesperrt das ist das beste leben guerrero kommt auf die bank pellegrini ja ich will guerrero ich will lieber die stärkeren mitnehmen schlatterberg muss ja spielen bis saka kassi im brichan einfach 13er form dann sieht es hier wie folgt aus sanchez hat auch eine sehr gute form aber 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 wir wollen das dann so machen brosevic kommt wieder mit kassi da bellingham 15er form der kamt rein für amerikan der ja eigentlich nichts wirklich zu sagen haben soll bei mir mehr deswegen machen wir das jetzt erst mal so 86 84 schlatterberg ist natürlich das problemkind was nicht wirklich ein problemkind ist reina ist nicht wirklich in form reuss kommt mit von anfang an und alle jemi bleibt erst mal nach seinem doppelpack im letzten spiel dem belen natürlich auch sonn spielt stark und ja unser vereinste museum erwirtschaftet gewinnen okay stark 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 so dann gehen wir rein in die partie gegen barcelona sofort berechnung 918 zu 909 der sieg ist heute möglich kämpft um jeden ball wir werden kein tor kassieren nein wir kämpfen um jeden ball so will ich das sehen wir sind zu hause und wir sollen weiterhin zeigen dass wir eine macht sind zu hause ich will einfach in der champions league keine niederlage das wäre schön wenn man in der gruppenphase einfach keine niederlage hat wir haben bis jetzt auch nur einmal unentschieden gespielt bitter und gegen barcelona haben wir das hinspiel gewonnen das heißt wir können auch das rückspiel gegen die gewinnen das ist der größte konkurrenz um platz eins und bis jetzt sieht es auch nicht aus dass wir da gegentore kassieren aber man will halt nicht zu früh den nagel an die wand hauen und da sieht man es andere fahrt hier mit den 1 zu 0 der rückstand in der 3 32 sind bitter bitter ja die me kommt gar nicht in das spiel gegen barcelona das ist natürlich perfekt wenn das so ist und er pfeift ab wir gehen mit einem einzelnen rückstand rein alle jimmy geht auch raus haaland kommt rein ming son kommt nicht ins spiel timo werner kommt rein kassi kommt nicht ins spiel und brosewitsch kommt rein und der rest bleibt erst mal so guiro macht ein super spiel mit seiner 1,5 und jetzt ich weiß dass sie das besser könnte ich kann nicht sagen dass wir das jetzt noch gewinnen sollen der rest wir haben sich auf und harland bitte erling harland mach es einfach oder jude bellingham vorlage gorero so lebt es sich auch gut da ist einfach der ausgleich brosewitsch verletzt sich das ist natürlich das beste leben wenn sich in brosewitsch verletzt haben wir was was haben wir jetzt alternative für offensiv im mittelfeld die maria ja so und so dadurch sind wir noch mal ein bisschen schwächer geworden aber wer weiß vielleicht dreht das ja noch mal alles zu unseren gunsten 79 in der 80 können wir auch noch mal wechseln aber wir können nicht mehr was reinbringen nur rechts und links verteidiger und das will ich jetzt nicht wirklich tun in der 85 es geht gegen ende der partie was so macht ein wenig druck aber er pfeift ab wir spielen einfach unentschieden 1-1 gegen barcelona zu hause unterschreibe ich unterschreibe ich akzeptiere ich so wie sie es aus 7 zu 4 chancen diesmal waren wir besser nicht so wie im hinspiel und ja 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 von den ergebnissen pereos gewinnt gegen brügge das heißt bei uns sieht das sehr gut aus wenn wir jetzt im nächsten spiel gegen pereos gewinnen sind wir durch dann sind wir einfach durch dann kann brügge nicht mehr an uns rankommen und pereos schon gar nicht also wenn die jetzt auf sieben punkte rankommen haben wir elf das heißt wir haben vier punkte mehr als sie aktuell und bei denen haben wir sowieso fünf punkte mehr aber dafür müssen wir gegen olympiakos zu hause gewinnen oh ja brügge hat halt noch die chance das sind nur drei punkte differenz wenn barcelona jetzt zweimal oder einmal passt oder zweimal jetzt gegen brügge müssen sie ja patzen und dann müssen sie gegen pereos platzen in der gruppe g wie sieht es die folge aus ajax gewinnt rückspiel gegen marseille und milan gewinnt das zweite spiel in folge gegen besiegt das damit zieht die folge aus ist noch alles offen hier oben hin auch sehr interessante partien auf jeden fall dann gruppe f benfica 1 1 gegen schacht ja donalds und ars rom 7 zu 2 gegen selte clasgow ja damit hat ars rom sich wahrscheinlich schon ab ja die haben sie schon abgesetzt das sind acht punkte vorsprung und die können ja nur aus der acht kriegen insgesamt wenn fika kann den nur noch den ersten platz abstreitig machen und das wird dann wahrscheinlich im endspiel sein in der gruppe habe ich gerade gruppe g ja da ist noch alles offen in der gruppe e manchester city gewinnt auch das nächste spiel und immer noch ohne gegentor zwölf zu null tore nach vier spielen zwei null gewinnt sie gegen porto und bayern gewinnt gegen kopenhagen das rückspiel damit ist city auch schon erster ich schätze nicht mehr dass bayern daran kommt obwohl die noch die zwölf punkte machen können aber im direkten vergleich haben sie halt verloren und die müssen noch einmal gegeneinander in der gruppe d sind die san petersburg gewinnt verliert einfach eins zu sieben gegen spotting lissabon ok erste niederlage sind trotzdem noch erster und salzburg im menu einfach 0 0 die sind aber auch noch vieles offen sport in lissabon hat sich damit erstmal den frust von der seele geschossen hat sich auch noch mit die möglichkeit für den ersten platz ergattert in der gruppe e da war ich gruppe c sind wir jetzt real madrid gewinnt gegen intermailand auch das rückspiel und glattbach spiel unterschieden kraftsons vor ist auch noch offen wir müssen halt im endspiel quasi selber sich das regeln wir müssen dagegen ja mal wird jetzt punkten und dann müssen sie im endspiel gegen intermailand alles geben in der gruppe b paris st german ist durch obwohl nein wo wir hätten könnte noch rankommen wir haben zwar gegen ziviler gewonnen für ziviler ist es vorbei die könnten hier okay die könnten auch noch auf den zweiten platz kommen ist auch noch vieles offen aber ich denke psg ist durch die werden gegen die wolfs oder gegen wolfsburg nicht viel punkten lassen in gruppe a ja liverpool gewinnt 2 0 atletico gewinnt 2 1 und damit ist das auch so gut wie durch weil ich denke nicht dass lazio rom da noch eine chance hat gegen liverpool oder monaco ja das sind sehr sehr interessante spiele zur richtung achtelfinale bei uns sieht es ja auch sehr gut aus mit dem durch sein wir müssen ja nur noch gewinnen leverkusen heißt der nächste gegner brosovic ist verletzt die reina kommt mit reuss ist nicht wirklich in form aber ja wir haben danach eine länderspielpause deswegen also in form ist er schon aber nicht wirklich frisch aber wir haben danach eine länderspielpause artigemi bleibt erst mal guerrero conde schlatterberg sieht auch alles gut aus kunibali kann ich wieder mitnehmen für joe kenny dann kommt er auch direkt drauf für schlatterberg die sacca und so die kann sich jetzt auch in form schießen und nach haben die hier erst mal eine pause cassie brosovic ist halt verletzt er muss ich halt lassen aber der ist ja nur bis übermorgen bis montag ist er verletzt dann haben wir noch ein 14er sanches ein 14er sanches einfach aus dem mann und dem leh macht einfach gerade was er will und ja wir gucken erst mal wir haben eine nachricht luca gust ein neues talent das sieht mir nicht danach aus nein das brauchen wir nicht und wir haben einen neuen manager level unser neuer manager ist sechs waren nicht mal auf sieben aber egal wir gehen rein in die partie gegen leverkusen das nächste topspiel wir können sie überholen denke ich mal unser abwehr ballwerk für halten nein wir werden ihnen spaß am fußball nehmen wo will ich das stört leverkusen ist eure aufgabe nehmt ihnen spaß am fußball lasst sie nicht an der champions die luft schnuppern oder vor uns wir wollen auf den ersten platz das ist unser ziel okay es ist ein bisschen als hapert wieder gerade mit der offensive obwohl ich mich nicht beschweren kann über die tore die letzten spiele die gefallen sind adiemi ja das war es für ihn wahrscheinlich das letzte spiel von anfang an was er gespielt hat außer er macht jetzt gleich noch was überraschendes nein wir gehen mit 00 in die halbzeit er wird auch jetzt ausgewechselt haaland kommt für die zweite halbzeit direkt rein dann machen wir die spieler gespräche seid wachsam leverkusen ist gefährlich alle spieler werden aufgewärmt und wir gehen rein in die partie so 60 minuten sind um alario kriegt die gelbe karte ich wechsle noch mal weiß kommt nicht wirklich ins spiel genauso wie son und dem beleg kommen wir machen einfach mal komplette offensive ausgetauscht einfach mal die komplette offensiv ausgetauscht mal sehen ob das so die gegnerische abwehr verwirrt mal sehen ob es die gegnerische abwehr verwirrt so 75 wir machen ein bisschen druck aber es passiert einfach nichts sondern 80 können wir noch mal stolter weg reinbringen für kunde einfach in der hoffnung dass er keine gelb rote karte kriegt und wir dann gut dastehen aber es sieht aus als wird das ein 00 werden wir spielen das nächste spiel einfach mal ohne tor bitter 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 diese unentschieden sind so unnötig unnötig mehr kann man dazu nicht sagen statistik wie statistik gesehen sechs zu vier chancen sie waren sogar besser aber es ist irgendwie ist das heimteam immer gefühlt ein bisschen besser so haben wolfsburg gewinnt gegen hamburg leverkusen ja punkteteilung mit uns das heißt jetzt sind mittlerweile fünf punkte hinter leipzig hoffenheim 11 gegen gladbach frankfurt 33 gegen bayern man kennt köln 1 1 gegen düsseldorf leipzig 2 1 gegen kräuter führt stuttgart 0 2 gegen augsburg freiburg 3 1 gegen härter und bielefeld 0 1 gegen meister bielefeld läuft gar nicht ein sieg und das war's den haben sie nur noch niederlagen bitter spiel statistik ist jemand von uns drin ja rafael aber spieler des tagt ist das neue haus also dazu sage ich nur gg da wollte ich ein sanches mitnehmen weil eine 13er form habe ich gedacht ja kommen akkin einfach mal rein als stammstürmer aber nein da verletzt sich einfach genauso reina brosevic kommt wieder mit koulibaly ist nicht gut in form schlotterberg startet guerrero will nicht der karl ist auch verletzt kenny kommt mit und der bellingham kassi brose wird startet dann halt für kassi obwohl er eine bessere form hat aber brose wird starf muss halt spielen haaland startet der belä die maria pack ich rein timo werner heimingsson obwohl heimingsson ein bisschen besser ist und ja was soll ich da machen ich nehme ein erger mit ich nehme ein erger mit weil der einfach besser in form ist und den kann ich ja noch reinbringen für schlotterberg bisacker oder pellegrini für alles mögliche in der defensive es ist es ist schon schlimm es ist schon schlimm wie sie sich gerade alle verletzten neben von der zweiten mannschaft wurde abgesagt gegen 1860 münchen also gegen uns andere unserer anderen karriere und dann gehen wir rein gehen wir rein in die partie gegen volksburg und wir müssen weiterhin zeigen dass wir zu hause gewinnen können wir dürfen zu hause nicht punkte liegen lassen eigentlich müssen will ich jedes spiel zu hause gewinnen aber ich glaube das haben wir schon verkackt wir haben schon gegen irgendeine mannschaft verloren und brosewitsch verletzt sich direkt beste leben beste leben unser lazarett füllt sich belling haben auch noch mit der gelben karte ja besser kann man nicht starten in die partie eine verletzung und eine gelbe so 30 minuten jetzt sind jetzt gespielt und es passiert einfach nichts wir haben zwar die oberhand vom druck her obwohl das hier anders aussieht aber marco reuss macht auch den zeigt auch an führt marco reuss erledigt einfach der führt einfach zum 1 0 ja perfekt wir gehen mit 1 und dann auch in die halbzeit spieler gespräche das macht der assistent halbzeit so haben uns das vorgeschäft wir führen 1 0 gegen starke wolfsburger und gehen in die zweite halbzeit da kommt gleich ein m rich an rein der dafür bellingham rein weil wir die rote karte nicht riskieren wollen erling haaland trifft auch mal wieder das ist auch schön zu sehen wenn er trifft timo werner macht noch mal ein tor vorlage die maria das heißt offensiv gesehen wollen die nicht dass wir wechseln dann können wir auch jetzt schon wechseln wenn bellingham wenn wir schon so stark fühlen mit 3 0 und gehen wir rein und dann wechseln wir die anderen drei wechsel machen wir spät ja die machen wir spät vielleicht baut erling haaland da ja noch mal das ergebnis aus oder einer von den anderen spielern wäre schön wenn da jetzt noch ein tor von die maria kommt hat unsere ganze offensive getroffen das wäre doch auch mal was schönes aber wir gehen in die schlussminuten 15 minuten sind auch zu spielen in der 77 können wir auch noch mal wechseln denn beleg kommt noch mal rein son kommt noch mal rein und ja ich lass kenny auch noch mal rein für bis acker adejemi kommt es heute nicht zum spielen weil kenny soll auch noch mal ein paar minuten kriegen aber wichtig dass haaland wieder getroffen hat so will man das doch dass der stürmer einfach trifft dass der stürmer einfach trifft so und wir pfeifen ab er pfeift ab der scherie wir gewinnen 3 0 gegen wolfsburg sehr wichtiges spiel sehr wichtiger sieg wir gucken statistiken 6 zu 1 chancen das heißt wir waren klar besser keine chance die die ergebnisse sind wie folgt bayern holt von leipzig ein unentschieden das heißt wir kommen ran wir gewinnen gegen wolfsburg überholen die dadurch in der tabelle gladbach 22 gegen freiburg hertha 20 gegen bielefeld mainz 0 3 gegen köln augsburg 0 2 gegen hoffenheim hamburg 0 3 gegen frankfurt düsseldorf 2 als gegen stuttgart und kräuter führt einfach 3 0 gegen leverkusen und wir sind auf einmal zweiter wir sind auf einmal zweiter hinter leipzig drei punkte hinter leipzig und unsere tordefen ist besser und wir sind jetzt mit bayern die beste defensiv der liga direkt dicht gefolgt von leipzig und unsere spieler des tages emritschern natürlich wie immer und berlin haben ich weiß gar nicht wozu ich bosewitsch und kessie geholt habe damit sind wir am ende der heutigen folge angekommen ja es sieht einfach gut aus es sieht einfach gut aus der kuli balli ist immer noch nicht in form schlotterbeck dafür umso mehr und der wird jetzt einfach gehen nehmen konnte spielen ich lasse ihn jetzt auch wahrscheinlich erst mal dabei war er ist einfach gut macht romero als 13 nach form aber ja was soll ich machen ich kann ihn nicht einfach reinbringen ich werde auf jeden fall kässige bosewitsch reinbringen dann haben wir das schon mal erledigt und sonst würde ich die heutige folge geben wenn es euch gefallen hat das gerne bewertung da wir haben auf jeden fall wie es aussieht auch von der karriere karriere option die den die kündigung erst mal vorübergehend verabschiedet also quasi zur seite geschafft und ich hoffe einfach das beste wir sehen uns das nächstes mal haut rein und ciao ich weiß dass sie wissen ja ich habe keine zeit mache immer weiter denn ich fühle diesen vibe viele waren connecten weil sie wissen wer ich bin aber ich hab kein interesse weil ich nicht weiß wer sie sind aber lass